Mit dem neuen Premium Dampfsauger reinigen Sie Fliesenflächen in einem Arbeitsgang. Der Dampf löst den Schmutz und gleichzeitig wird der gelöste Schmutz abgesaugt. Hier im Beispiel wird ein Fliesenboden von Rotweinflecken befreit. Wichtig bei der Anwendung ist, beim nach vorne führen der Bodendüse darauf achten, dass die vordere Gummilippe entlastet ist und somit nicht blockiert. Beim Zurückziehen der Bodendüse darauf achten, dass die hintere Gummilippe entlastet ist und die vordere Gummilippe sauber abzieht. Wenn Sie dies beachten, haben Sie nach der Reinigung nicht nur einen sauberen, sondern auch einen trockenen Fliesenboden. Weitere Infos gibt es wie immer auf dampfsauger.de